Liebe engagierte Menschen in Niedersachsen, wir suchen die Erfolgsgeschichte. Täglich gibt es so viele Menschen, die sich Initiativen, Projekten und anderem anschließen, um Integration praktisch zu zeigen. Denn es gibt viele Menschen, die hier schon lange verwurzelt sind in Niedersachsen, aber es gibt auch viele, die zuziehen. Diese Projekte wollen wir auszeichnen. Eine Jüre wird die beste Erfolgsgeschichte um Ihrem Video führen. Schicken Sie uns Ihre Erfolgsgeschichte 2021. Schimmienen auf Bis zum nächsten Mal.